ja guten morgen liebe freunde ist der ralf und wir sind heute unterwegs zum blanken see wir versuchen heute mal den drosselrohrsänger zu finden ich hoffe der tag wird erfolgreich er hat ja schon gut angefangen die schwalben sind da das heißt also das jahr kommt endlich in die pötte ich hoffe dass es jetzt nicht mehr so kalt wird was kurios ist aber auch schon gesehen die end auf dem dach kommt nicht so häufig vor aber die hat sich wohl auch für eine schweige halten hinter uns sehen wir so die sonnenaufgang deshalb weiß ich nicht wie es mit dem licht wird aber nicht so schlimm ich gehe jetzt los und ihr kommt mit ja auf dem bohlen stich sind wir angelangt und ich hoffe ihr habt das auch gehört da sind also schon der drosselrohrsänger das heißt wir müssen nur noch ein wenig geduld mitbringen ich wollte euch aber auch noch mal kurz den bodenstieg zeigen nachdem wir jetzt die einige zeit gesperrt war wieder offen hier gibt es auch schöne schautafeln wer sinkt denn hier und hier steht der drosselrohrsänger und den hoffen wir dass wir heute den zu gesicht kriegen und wenn ich ist es hier immer sehr schön und wir freuen uns natürlich über alles was wir zu sehen bekommen ja so lange wie wir auf die rohrsänger warten schauen wir doch mal den fisch adler an auf die rohrsänger inzwischen ist auch noch vorbeigeflogen aber da war ich leider nicht schnell jedoch den habe ich nur von hinten erwischt was soll ich sagen inzwischen habe ich das eine oder andere foto machen können vom drosselrohrsänger aber leider habe ich noch nicht ganz so nah rangekommen wie ich wollte das heißt ich muss noch ein bisschen mehr geduld haben ich kann sowieso nicht näher rangehen sondern ich muss so viel geduld haben bis der drosselrohrsänger zu mir kommt das ist wie immer in der natur fotografie man rennt nicht den motiven hinterher sondern man wartet bis die motive zu einem kommen ich bin begeistert leute zwar ist der drosselrohrsänger heute ein wenig schüchtern aber habt ihr eben den milan in aktion gesehen ich denke es war ein schwarz milan und ich denke auch herzlich also ein kleinfisch zum frühstück geholt vereinsam ist es nicht auf dem steg die laufen such jetzt schon wieder eine stockente so liebe freunde den bohlensteg verlasse ich jetzt der drosselrohrsänger und ich sind heute keine guten freunde mehr geworden naja aber dafür haben wir sehr viel schöne andere dinge sehen fischadler milan das sollte eigentlich auch genug sein für heute sollte nur ein kleiner auszug werden ja ich wollte das schöne wetter noch mal nutzen jetzt gehen wir noch mal vor durch plankensee durch und vielleicht sehen wir da noch das eine oder andere schöne da das wetter so schön ist habe ich beschlossen ich gehe noch mal rüber zum vorbeobachtungsturm ob wir noch was zu sehen kriegen ich weiß es nicht aber heute ist es so fantastisch mit der wetter das muss ich doch noch mal ausnutzen ja bin ich oben auf den beobachtungsturm und was soll ich sagen freunde hier rein meine drei millimeter brennweite nicht aus ganz in der ferne gibt es zu sehen einen kleinen falten blende ich euch ein da hoffentlich und und mal ruhig auf der wiese steht dann auch noch ein granik heute habe ich auch schon einen milan fliegen sehen aber wie gesagt mit meinen drei millimeter brennweite da solltet ihr nicht so viel verlangen ja dann gibt es eine kleine revier streitigkeit die beiden falten sind sich nicht ganz einig weiß ich nicht ob ihr das erkennen könnt der eine hat sich schon in den baum gesetzt und der zweite attackiert immer na der ausflug zum beobachtungsturm hat sich ja mal gelohnt haben wir noch schön kranich gesehen und falken das war es für heute aber auch jetzt haben wir noch gemacht ich hoffe ja das video hat euch gefallen lasst mir ein like da schreibt mir kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten video und bis dahin ciao liebe freunde unter wix mit ralf nur ein mann und der walt